Ja, guten Abend, herzlich willkommen zu FrauTV. Schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich sehr auf Christine Westermann, die uns am Ende der Sendung zwei Bücher vorstellen wird, mit denen wir uns mal schön aufs Sofa tackern können. Vorher lernen wir aber sehr mutige und sehr schöne Frauen kennen. Ich betone das deshalb so sehr, weil diese Frauen uns einmal mehr klar machen, was Schönheit eigentlich ist, woher es kommt. Ist es Mode, ist es Make-up, sind es die Haare? Nee, und das ist keine Floskel. Schönheit ist eine Haltung. Schönheit kommt von innen. Lisa hat kreisrunden Haarausfall. Das Tuch abzunehmen, sich mit der Glatze fotografieren zu lassen, das kostete extrem viel Mut. Aber Lisa wurde belohnt, denn die Frau, die sie auf diesem Foto sah, also sich selber, hat ihr so viel Mut gegeben und so viel Energie. Und das möchte sie mit ihrer Freundin Ingrid, die die Fotos macht, nun weitergeben. Das Fotoprojekt Schönlinge. So inspirierend und so richtig, was Lisa sagt. Im Unperfekten, im Makel steckt die Stärke. Und ob es jetzt kreisrunder Haarausfall ist oder ob es Narben sind oder was auch immer, wir sind größer als das. Wenn Sie mal in so einer Runde sind und da Stimmung reinbringen wollen, dann fragen Sie den Typen gegenüber, sag mal, bist du eigentlich Feminist? Ist herrlich, was dann passiert. Entweder gibt es einen Spruch, so Schenkelklopfer, Ja, sicher, ich liebe die Frauen. Oder Stille, irritierende Stille. Haben Männer eigentlich immer noch Interesse an gestrige Verhältnisse? Das kann doch nicht sein. Denn auch Männer haben einen großen Vorteil daran, sich für Gleichberechtigung einzusetzen. Aber vielleicht braucht es Vorbilder. Wir stellen Ihnen ein Vorbild vor. Robert Franken aus Köln geht vor. So sieht es aus. Es braucht vielleicht wirklich mehr männliche Vorbilder. Dass andere Männer in Sportvereinen oder auf der Arbeit ziehen, ach, guck mal, der Kollege, der macht Teilzeit, der nimmt Elternzeit, dann mache ich das auch. Auch ein ganz besonderes Vorbild ist die Unternehmerin Sina Trinkwalder. Natürlich, die ist daran interessiert, Gewinn zu machen, dass ihre Firma erfolgreich ist. Aber es ist auch sehr stark, dass sie dabei nicht andere auf der Strecke lässt. Sie gibt Frauen eine Chance, die von anderen vielleicht aufgegeben wurden, die an sich selber nicht mehr glauben. So war es bei Jutta Braun. Die hat nämlich zusammen mit Sina Trinkwalder die Kurve gekriegt. Knaller. 14 Tage zum Ankommen. Dann kommt alles von selbst. Und wenn du Fragen hast, kein Stress. Mehr Gelassenheit. Ich freue mich, dass Christine bei uns ist. Ich freue mich, dass ich hier bin. Danke. Unsere Bücherfrau Christine Wessermann hat uns zwei Bücher mitgebracht. Ein ganz dickes. 719 Seiten. Ich glaube, es ist ungefähr ein Kilo, wenn du es in der Hand hast, um das Gewicht zu halten, weil du abgelenkt bist. Der größte Spaß, den wir je hatten. Ein Ehepaar mit einer absolut glücklichen Ehe seit 40 Jahren. Seit 40 Jahren. Und das ist der größte Spaß, den zu werden wie ihre Eltern. Wollen die perfekten Ehen, die perfekte Beziehungen haben. Und es funktioniert hinten und vorne nicht. Und das ist beim Lesen ein großer Spaß. Es ist spannend gemacht. Es ist geistreich. Spannende Zeitspanne. Aber lass uns mal reinzoomen. Also diese vier Töchter, die versuchen, so glücklich zu leben wie ihre Eltern. Die Älteste heiratet. Mit einer Dritte wird die jüngste Professorin des Landes. Das ist auch sehr erfolgreich. Und kriegt ein Kind von einem Mann, den sie so grandios an, dass sie sich trauten, ja, nicht mehr nach Hause zu kommen. Also das ist so das Setting. Eine Familiengeschichte. Ja, eine Familiengeschichte. Aber wirklich nicht die heile Weltfamilie, sondern das Buch. Ja, Salamischeiben als Lesezeichen. Ja, so ähnlich. Komm, wir machen mal weiter. Also Claire Lombardo, der größte Spaß, den wir je hatten. Das ist das erste Buch. Und das zweite Buch, finde ich vom Titel her schon spitze. Nicht mein Ding. Nicht mein Ding. Ich glaube, wenn du irgendwann in so eine Phase des Lebens kommst, wo du sagen kannst, nicht mein Ding. Ja. Um wen geht's? Es dauert eine Weile, bis dieser Andrea, der sehr verknallt verheiratet, sich verheiratet hat, ein Kind bekommt. Und dieses Kind schwerstbehindert. Also lauter solche, du kannst ein Leben nicht planen. Du kannst nicht so leben wie die um dich herum. Du musst so leben, wie es für dich gut ist. Und das beschreibt dieses Buch. Ich überlege, wer das lesen soll. Sollte das eine Single-Frau lesen, die genau in der Situation ist, um einfach noch mal auch Bestätigungen zu bekommen. So, Sie können diese Bücher haben als Paket. Ich habe aber eine Frage für Sie. Wie viele Kinder, wie viele Töchter haben denn hier diese Vorzeigeleute, die beiden? Und die Antwort bitte an frau.tvbuchquiz.wdr.de. Das ist die Adresse. Und jetzt empfehle ich Ihnen Menschen hautnah. Es geht um ein Thema, über das Frauen wirklich nicht oft reden. Gewalt im Kreißsaal. Nächste Woche ist Lisa wieder für Sie da. Christine, schön, dass du da warst. Danke, dass ich kommen durfte. Ach, gerne wieder. Tschüss, schönen Abend noch. Tschüss, schönen Abend noch.